wie wird denn da durchgekommen ach ja wir müssen erst mal hier rufen die knogel sind Ach ja, das hat es wirklich gemeint, äh... Das ist mir nicht cool, das ist ein bisschen wassiezen. Um, 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 um... und mach mal ein paar Daten ab ich will mal den Türen abholen ein sammeln hier natürlich ist das eine falle ja natürlich ist das eine falle ja natürlich ist das eine falle vorwärts vorwärts gleich stürzt alles ein ich bin gleich gut ja schlimm heute natürlich ist das eine falle gleich stürzt alles ein nicht nein kommt ausgezeichnet noch ein fragment von osiris einsammeln und weiter und aber unglaublich das kommt direkt ins britische museum oder kopf natürlich kater aber alles zu seiner Zeit ich bin immer noch mal oh oh come on und also zurück zum schreien richtig hier irgendwie abspüchern ja natürlich nicht stück für stück bis er zu uns zurückgekehrt ist und dann wird überseht gerichtet abspüchern wäre man ganz cool dann machen wir die dann noch schnell diese ruinen tragen die zeichen von kepri ja als osiris diesen ort baute wollte er damit alle das geld man kann alles zerstören ist cool ne doch nicht aber mir fällt gerade ein den quals brauchen wir gar nicht machen weil wir haben ja schon gemacht dann gehe ich wieder raus das ist das ist das ist das ist ja Ach, dann müssen wir ja die Kugeln einsetzen. Ihr wollt euch nehmen, was rechtmäßig mir gehört. Denkt ihr, das lasse ich einfach zu? Wir sind eingesperrt! Ah ja, so lang tut es hier. Das ist mein Ding zerschlagen. Oh, die Traur geht so geil aus. Oh, die Säure. Hm. Ihr wollt euch nehmen, was rechtmäßig mir gehört. Denkt ihr, das lasse ich einfach zu? Wir sind eingesperrt! Das Wahnsinn, die viele hier noch kommen sollen. Ja, nur noch imbeziell! Oh, shit. Oh ja. Oh ja. Was ist das? ich bin da wieder das gibt es nicht was ist los wieder von vorne Ach, na. Ah ! Ah ! Gare ! Nous leur aimes-bessiers ! mit dieser sphäre des sonnenlichts können wir das grab betreten dass man hier ein bisschen mitgeteilt einsammeln später mal die drei vier und elf geht da noch kraft ist das landbild beschreibt den mythos von kipri mythos tut mir leid alte gewohnheit ja hier kipri war ein diener von ra dem sonnengott er war für den sonnenaufgang verantwortlich er hat die sonne über den himmel gerollt wie ein skarabeos eine kugel dung daher der käferkopf sie haben eine passage übersehen er hatte auch mit der mythischen erschaffung der welt zu tun wir haben keine zeit für die vergangenheit sterbliche jeden moment den wir warten kommt seht näher und es ist noch viel zu tun würde ich sagen machen wir erstmal stopp und machen in der nächsten runde weiter koffert hat euch gefallen also mir hat es richtig durchgefallen und sehen uns dann in den nächsten parts wieder rote rein bis dann so Bis zum nächsten Mal.